Kuriose Fakten. Jedes Jahr verlieren wir rund 3 Kilo an Hautschuppen. Pro Minute sind das rund 30.000 Hautzellen. Gar nicht widerlich. Das Herz eines Menschen sitzt nicht links im Körper, sondern in der Mitte. Es tendiert allerdings eher zur linken Seite. Der stärkste Muskel im menschlichen Körper ist der Kaumuskel. Menschen können mit bis zu 80 Kilogramm zubeißen. Like und folgt mir für mehr.